Musik Das ist fantastisch. Das ist ein echtes romanisches Café. Die werden dir die Bude einreiten. Sag mal, Master, willst du mich mal einen Laden pachten? Ich weiß nur viel von Restaurants, dass ich weiß, dass ich ein eigenes haben möchte. Packstück Hawaii, Frikadellen, Backfisch, Spaghetti in Sahnesauce, Spinat in Sahnesauce, Pommes in Sahnesauce. Den Mist koche ich nicht. Ich danke, du suchst einen Job. Eine Hure, ist eine Hure, ist eine Hure. Ich bin ein Koch. Verstehe. Da ist die Tür. Hey, warte mal zwei Sekunden. Mir schmeckt mein Essen auch nicht, aber den Leuten schmeckt's. Die Leute wissen nicht, was schmeckt. Die Leute, die haben Löcher im Bauch. Und diese Löcher stopfen sie mit Dreck. So sehen das System. Bist du Opotinist? Nein, aber wie soll ich das bezahlen? Das ist hier kein Fahnschmecker-Tempel. Das ist, was es ist. Ausverkauf. Es wird verkauft, was nicht verkauft werden kann. Falsche Leidenschaft. Eine Illusion. Augenwischerei. Und die Völlerei. Hier. 45 Euro. Toll. Wollen wir das auf die Karte setzen? Du hast 40 Gerichte auf der Karte. Und alle schmecken gleich. Für dasselbe Geld mach ich dir jeden Tag wechselnd vier Gerichte. Essen. Für die Seele. Ja, Mann. Soul Kitchen. Ja, Mann. Hallo? Hallo?